Das ist so ein Montag, wo ich einfach nur sagen kann, Paar aufs Maul. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und wenn man direkt in den Podcast reingeht, also Montagmorgen. Ich sitze hier gerade und denke, wo hat er das denn jetzt schon wieder her? Wo er das wieder her hat? Paar aufs Maul? Ja. Du, ich habe gedacht, wenn man wie du so mit Ende 50 nochmal auf die Showbühne kommt und in diesen Podcast kommt, Montagmorgen, frisch gestählt quasi, kurze, kurze schöne Rasur, bisschen grauer geworden, aber voll durchtrainiert, dann ist das wirklich eine große Ehre, mit Stefan Wagner diesen Podcast machen zu dürfen. Ich bin sehr, sehr glücklich und gesteht es mir zu, dann braucht es vor allen Dingen ein. Ich gratuliere dir zum Sieg übrigens, Regina Kleis. Böse, böse, böse. Und wir brauchen Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Maik Kleis und Thomas Wagner. Ach, wie ist das schön. Guck mal, das ist wirklich ein ganz besonderer Montagmorgen, weil ich immer noch an deinem Erdbeermund hänge. Also ich habe wirklich selten auf einer Ortsangabe so viele Nachrichten bekommen, wie auf diesen Erdbeermund bei der Abfahrt Mändig Maria Lach-Mayen, mein lieber Mann. Das ist so bitter, das ist wirklich bitter. Viele Männer, die mir gestanden haben, sie benutzen das als Abkürzung, wenn sie aus dem Westen kommen und Richtung Trier-Saarbrücken wollen oder sowas. Ist klar. Und dann sich aber wirklich auch schon überlegt haben, soll ich da mal reingehen, meiner Frau was mitbringen oder sowas. Ja. Wahnsinn. Es gibt da auch immer diese schwarzen Tüten, da kommen die immer mit den schwarzen Tüten raus. Das ist immer so unhauffällig. Auf dem Kopf oder in der Hand, oder? Nee, ja, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall schwarze Tüten. Und da sind sehr viele Trucker da auch immer. Geht raus an alle Trucker da draußen, wo ihr gerade mit eurem 7,5-Tonner vorm Erdbeermund steht. Wie hieß das denn früher nochmal an der Tankstelle? Es gab doch da immer so Heftchen. Happy Weekend. Ja, weißt du, da wurde doch immer so ein bisschen nachgestellt, so gespielte Witze. Der Klempner kommt dann und die Frau steht an der Waschmaschine und sowas. Oh ja. Also so, würde ich mal sagen, wie hieß das nochmal? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich weiß, was du, ich habe schlimme Bilder. Du weißt, was ich meine, ne? Ich habe schlimme Bilder. Ich habe mal mit einem sehr begabten Fußballer zusammengespielt und der hat da mit seiner Freundin damals die Fotos nachgestellt, also quasi gemodelt für diese Zeitungen. Geil. Siehst du, da bekommt Eier, wir brauchen Eier, eine völlig neue Bedeutung. Das ist wirklich. Er war technisch auch sehr begabt, muss man sagen. Ich habe gehört, der Technikchef ist gejoggt und hat seinen Körper auch gestählt, genauso wie du. Das ist wirklich fantastisch. Das Bett ist quasi gemacht, um bei diesem schönen Bild nochmal zu bleiben für diesen Montagmorgen. Ich kann nur sagen, der Technikchef, auch das noch by the way, seine Frisur ist wieder lang. Du kennst das, wenn er so ein bisschen zurückgegelt hat. Im Nacken so, da wälzt sich das Haar so ein bisschen. Ja, ja, genau, genau. Seine Friseuse ist im Urlaub, seine Friseurin ist im Urlaub. Ich finde, er sieht richtig gut aus, der Technikchef heute Morgen. Ich habe mich in sein Facebook-Profil verliebt. Echt? Ja, das ist mir neulich angezeigt worden. Ach, seid ihr jetzt erst verlinkt nach vier Jahren oder was? Nee, aber gar nicht. Ich nutze das ja kaum noch, aber das ist das Problem. Also das Ding ist, er hat seinen Schlagzeugstock im Mund und sieht sehr wild aus, also wie so ein wilder Tiger. Er ist sehr wild. Er ist sehr wild. Das habe ich mir gedacht. Ich glaube, er wurde auch wild spätestens, als Borussia Dortmund Heidenheim mit 4 zu 2 geschlagen hat, oder? Da wurde er wild. Das weiß ich nicht. Ich habe ihn am Freitagabend tatsächlich noch in der Stadt gesehen. Er war sehr gut drauf. Ich glaube, das, was ihn am wenigsten interessiert hat in dem Moment, war Borussia Dortmund gegen Heidenheim. Aber da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, unsere Posterboys sind von der Tabellenspitze verdrängt. Letztes Jahr ja der Beginn der Dortmunder Krise. Nur 2-2 in der Liga. Ja, wie hast du das Spielchen gesehen? Ich war völlig überrascht über Adeyemi. Also den habe ich irgendwie noch abgespeichert als Chancentod und irgendwie Edelreservist. und plötzlich macht er einen Doppelpack und ich denke so, was ist mit Adeyemi passiert? Der ist in den Jungenbrunnen gesprungen, der hat die Haare länger, er sieht besser aus denn je. Also da eint er quasi so das Bild mit dem Technikchef. Und es war ein tolles Spiel, muss man echt sagen. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich finde, Heidenheim macht einfach wahnsinnig viel Spaß zu gucken. Und ich finde, es ist einfach auch ein großes, gutes Unterhaltungsprogramm. Habe jetzt aber auch den Eindruck, dass Nuno Schein das ganz gut getan hat, dass er die Jürgen Klopp-Infusion nochmal bekommen hat und quasi in den Zaubertrank gefallen ist und somit die Dortmunder auf Spur gebracht hat. Beziehungsweise es war wahrscheinlich Kloppo. Also die nehmen da so viel mit. Du hast das ja beschrieben im letzten Podcast. Wenn der reinkommt und diese Aura und so weiter, der hat einmal die Hand aufgelegt und schon laufen die. Und auch ein Adeyemi ist beseelt. Und somit ist es auch ganz klar und logisch zu erklären, dass die Heidenheim wieder nach Hause geschickt haben mit 4-2. Wie siehst du das Ganze? Ja, also erstmal haben sie zwei Heimsiege gegen Frankfurt und Heidenheim eingefahren, die sicherlich teilweise unangenehm zu bespielen sind. Aber das ist Pflicht, wenn du deutlich länger als im letzten Jahr oben dabei bleiben möchtest. Hast auswärts in Bremen einen Punkt geholt. Bremen scheint dieses Jahr gut in die Saison gekommen zu sein, wie wir gestern in Mainz gesehen haben. Also für mich ist die Nagelprobe für Dortmund jetzt nächsten Sonntag in Stuttgart. Das ist dann so ein Spiel, da musst du schon ein Statement setzen. Aber ich bin bei dir. Es hat für mich überhaupt nichts mit Infusionen zu tun. Aber ich finde, wenn du dir die offensive Reihe anschaust, mit Mahlen, mit Brandt, mit Adeyemi, bin ich bei dir. Der scheint so ein bisschen seine Flausen aus dem Kopf rauszubekommen. Und vorne Girassi, der für mich das Spiel von Dortmund nochmal mehr mit einer Facette bereichert. Weil ich finde, er ist fast ein kompletter Stürmer. Ich denke, das darf man schon als Upgrade werten gegenüber Füllkrug, ohne dass wir Füllkrug damit abwerten. Weil ich finde, Girassi hat wirklich Anlagen, mal ein Weltklassespieler zu werden. Und das Ganze wird abgesichert durch Pascal Groß. Das weißt du ja, ich bin großer Pascal Groß-Fan. Weil der Stratege und auch irgendwie so eine taktische Grundreue hat. Und daneben Matcher, wo ich mich immer gefragt habe, warum haben die denn eigentlich für so viel Kohle geholt? Jetzt ist er mal verletzungsfrei und das scheint zu funktionieren. Und hinten mit Anton und Süle, der gespielt hat, der ja deutlich fitter ist. Also ich finde die Mannschaft deutlich ausgewogener und kompletter als im letzten Jahr, muss ich sagen. Wobei Girassi, finde ich, schon wirklich der Unterschiedsspieler ist. Und ich hätte das nicht geglaubt, dass der da auch so richtig gut funktioniert in dieser Dortmunder Truppe. In Stuttgart hat er ja gefühlt eine homogene Mannschaft gehabt, wo er auch so ein bisschen glänzen konnte. Und dann tatsächlich auch so ein bisschen die Rolle spielen konnte, die er, glaube ich, auch braucht. Und da war ich mir nicht sicher, ob das in der Millionärios-Druppe... Naja gut, aber ich meine, das war jetzt, Maike, entschuldige, dass ich es trotzdem sage, es war sein allererstes Spiel, weil er ja noch an den Nachwirkungen der Verletzungen... Also ich glaube nicht, dass wir dieses Spiel jetzt schon als Wertschätzung nehmen können, ob er total integriert in dieses Spiel ist. Ich sage, ich sehe genau wie du die ansetze, aber ich glaube, da müssen dann noch stärkere Proben kommen als jetzt gegen Heidenheim. Aber weißt du genau, da bin ich nicht bei dir, weil wenn ein Spieler gerade nach so einer Verletzungspause so zurückkommt und so strotzt, dann finde ich, ist das schon... Wir haben uns so ein bisschen dran gewöhnt, dass die Spieler, die aus der Verletzung kommen, auch erstmal so langsam zackhaft rangeführt werden und dann guckt man sich das erstmal an. Ich fand tatsächlich gerade deshalb, fand ich es besonders gut, aber du hast recht, es ist ein Spiel, klar, das muss man... Und ich finde, es war tatsächlich, weil auch wenn ich sage, ich finde, dass er eine Palette an Fähigkeiten hat, die Dortmund gut tut, ich fand, da war schon auch noch Luft nach oben, das muss man natürlich auch sagen. Und das ist für mich dann auch verständlich beim ersten Spiel nach langer Zeit. Ja, gut, okay. Hast du mich wieder ein bisschen eingefangen, die Rosamunde, ne? Ja, gut, das ist ja hier unsere Aufgabenverteilung, ne? Was du vorne als Zehn, als Kreativkünstler, als Rosamunde verteilst, das muss ich hinten als Abwehrchef wieder weggrätschen. Du bist so ein bisschen der Nikolaus Süle dieses Podcasts, das sehe ich schon ein. Na gut, aber sagen wir mal so, ich habe, glaube ich, vorher ein bisschen mehr Disziplin gehabt, aber ich würde mich freuen, wenn er wieder zurückkommen würde, weil ich halte ihn nach wie vor von der Veranlagung für einen der besten deutschen Abwehrspieler. Absolut, absolut, absolut. Was war das interessanteste Spiel dieses Spieltags für dich? Also ich war in Gladbach am Samstag und muss sagen, ich war durchaus gespannt, weil ich länger jetzt nicht mehr da war. Ich hatte tatsächlich sogar die beiden einzigen Heimsiege in diesem Jahr gegen Stuttgart und gegen Bochum in der Vorsaison, die habe ich sogar erlebt. Und man hat aber dann am Ende schon vernehmbares Krummeln gehört. Da waren ja Spiele dabei, wo die Mannschaft irgendwie total, ja fast am Ende lethargisch gewirkt hat. Auch die komische Rolle von Ceuana am Spielfeldrand, den ich ja eigentlich als einen richtig guten Trainer sehe. Aber der wirkte ja auch völlig uninspiriert. Dazu eine Einkaufspolitik, die nicht geklappt hat. Also große Krisenfelder. Jetzt bin ich am Samstag da hingefahren. Ich hatte eigentlich zwei Dinge, die mich interessiert haben. A, welches Produkt hat der Trainer MH? Das habe ich leider trotz Nachfragen bei der Presseabteilung nicht rausbekommen. Und wie schlägt sich Borussia Mönchengladbach? Und ich muss sagen, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn man 3-1 verloren hat. Ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, mit der sich die Fans durchaus identifizieren können. Weil da war ein ganz anderer Zug drin. Da war ein ganz anderes Tempo drin. In der ersten Hälfte war Gladbach auch für mich eine deutlich bessere Mannschaft. Im zweiten Durchgang war es umgekehrt. Man hat aber auch gesehen im zweiten Durchgang, dass der VfB Stuttgart, der ja jetzt auch keine Mannschaft hat, die seit Jahren in der Spitzengruppe spielt. Also da kann ja auch keiner kommen, das ist die Abgezocktheit einer Spitzenmannschaft. Sondern die haben sich erst im letzten Jahr zu einer Spitzenmannschaft gemacht. Was am Ende ein verdienter Sieg. Ein richtig gut klassiges Bundesligaspiel. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Puh, okay. Wie Puh. Ja, du, ich muss ganz ehrlich sagen, Stuttgart ist das so mittelmäßig gestartet hier. Und ich war gespannt, wie das so wird. Ich fand es ein gutes Spiel auch, ich habe es gesehen. Aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Echt? Ne. Also deutlich besseres Gladbach, da bin ich komplett bei dir. Und das war auch, glaube ich, notwendig. Ich glaube, nach dieser Saison, nach der letzten, da war es Seuano-Produkt hin oder her. Das Produkt Seuano hat doch schon ein bisschen gelitten. Und der musste... Das Produkt. Das Produkt, geil. Das Produkt Seuano. Ja, er ist ein bisschen ein Produkt. Also er ist ja schon auch einer, der sich in Szene setzt. Und der einfach auch weiß, wie er mit den Medien umgehen muss. Und wie er am Spielfeldrand ist und so weiter. Also es ist schon ein Produkt Seuano. Und genau, nach der letzten Saison habe ich gedacht, komm, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt diese Saison wird. Weil das wird so ein bisschen Zünglein an der Waage sein und das wird auch entscheidend sein. Und jetzt spielt er tatsächlich auch gefühlt einen besseren Fußball. Und ich hätte nicht gedacht, dass Sebastian Hoeneß dann doch mit seiner Truppe ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. Jetzt sind sie auf Platz 10. Es ist mit vier Punkten noch immer noch nicht richtig berühmt. Aber man sieht tatsächlich einfach auch, was in dieser Truppe wieder steckt. Und vielleicht musste sie sich auch erst mal wieder finden. Also die Findungsphase ist jetzt vorbei. Ich glaube, jetzt haben wir aber auch insgesamt gesehen, wo die Mannschaften ungefähr stehen. Naja, aber du hast auch mit Ito und Anton und Girassi also eine Menge Qualität verloren. Verloren, genau. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Verloren, genau. Exakt. Ja, ja, absolut. Das meine ich ja. Aber das heißt, sie mussten sich finden. Aber jetzt ist die Findungsphase insgesamt vorbei. Und ich glaube, dass es jetzt einfach auch so ein paar Entscheidungen geben wird, wie zum Beispiel in Hoffenheim. Da haben wir ja gesehen... Aber lass uns noch ganz kurz, bitte, lass uns ganz kurz noch beim VfB bleiben. Weil die spielen ja nun jetzt morgen schon in Madrid, ne? Also ich glaube, man kann diesen Sieg gar nicht hoch genug einschätzen. Weil du hast ja jetzt in den ersten beiden Spielen mit Freiburg und Mainz jetzt auch nicht die Hotvolley gegen dich gehabt. Und wenn du jetzt in Gladbach nicht gewonnen hättest, dann wärst du mit einem oder zwei Punkten in so eine Festspielwoche reingestartet. Und sie haben ja tatsächlich, hinten haben sie zum Beispiel wirklich im Moment Personalprobleme. Da spielt der junge Chase. Ich finde, er hat es ordentlich gemacht. Hatte eine richtig gute Zweikampfquote. Das sagt ja Sebastian Hoeneß auch. Bei mir sind Fehler bei diesen Spielern eingepreist. Und ich glaube, er ist auch ein Trainer, der das lebt. Sie haben mit Carasso und Stiller für mich eine wirklich gute Sechs, weil sie positionsgetreue Spieler sind. Wie Carasso und Stiller hat halt in beide Bewegungen seine Fähigkeiten. Und vorne das Tempo über die Flügel mit Leveling und Rieder. Ich weiß nicht, ob du dich an das 2-1 erinnerst, was natürlich ein brutaler Fehler von Netz ist. Du musst den Ball oder den Gegner einfach wegräumen. Aber was der Rieder da, wie der auch den Linienrichter da übersprintet, also Hut ab. Und vorne hast du natürlich mit Undav und Demirovic. Also Demirovic, der war ja lange in Augsburg, finde ich, so ein bisschen unterm Radar. Also die beiden zusammen, das sind schon richtige im positiven Sinn gemeint Ochsen, also die sich auch wehren können. Dann hat ja Undav erzählt, der hat die ganze Zeit den Demirovic vollgesülzt. Wie gut er eigentlich wäre. Er soll doch jetzt mal ein Tor schießen. Also das ist schon eine ganz gute Mischung. Wir kommen ja gleich später vielleicht noch auf die Champions League. Eine Gratulation dürfen wir sicherlich aussprechen. Felix Brüsch ist jetzt alleiniger Rekordhalter, was Bundesliga-Partien, 345 hat er, angeht. Das nach einem Kreuzbandriss, so nochmal zurückzukommen. Ich hatte auch mit ihm nachher gesprochen, weil er gesagt hat, ja, wenn du Spieler bist, dann wirst du ja oft über eine Viertelstunde, 20 Minuten Einsätze mal rangeführt. Er musste direkt funktionieren, hatte für meine Begriffe völlig in Ordnung. Ich hätte allerdings das 3 zu 1 abgefiffen, weil Chabu sich meiner Meinung nach ganz klar aufstützt. Also das muss man abpfeifen im Strafraum. Aber dennoch auch damals ist er ein angenehmer Typ, auch wenn man ihn so trifft. Große Wertschätzung dafür, dass ein Schiedsrichter nach so einer Verletzung auf dem Niveau zurückkommt. Absolut, absolut. Ich saß beim Italiener, guckte so verträumt auf mein Pellegrino-Wasser und dachte mir so, wie lange ist er noch drin in Hoffenheim? Da gibt es jetzt schon so die ein oder andere Stimme. Leverkusen brutal zugeschlagen. Jetzt ist, glaube ich, Leverkusen wieder Leverkusen. Zumindest sah es gefühlt so aus bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber das war schon überragend und auch gut. Ist auch schwer gegen Leverkusen, glaube ich, jetzt zu spielen. Leverkusen, die finden sich jetzt auch rein. Jetzt ist das auch erledigt. Jetzt sind sie auch auf ihrem On-Track. Aber in Hoffenheim fehlt mir inzwischen wirklich nach dem ganzen Chaos, das da auch hinter den Kulissen war, scheinbar hat es ein bisschen abgefährt, die Spielidee. Und es muss ja eine geben, aber ich erkenne sie ehrlicherweise nicht. Bei Leverkusen ist sie dann doch eindeutiger, um das mal vorsichtig zu sagen. Und wie lange kann er sich noch halten da? Die Anforderungen und die Erwartungen sind ja auch recht hoch. Also ich denke, dass es vollkommen richtig ist, dass du dieses Thema ansprichst in einem Fußballpodcast, der natürlich auch vor allen Dingen die Fußball-Bundessliga unter die Lupe nimmt. Aber mir fällt da irgendwie gar nichts zu ein, was da in Hoffenheim los ist. Also wie ein Verein sich komplett zerlegt, das habe ich dir schon mal gesagt. Ich respektiere das, dass jemand wie Dietmar Hopp, der auch sehr viel für die Allgemeinheit tut, seinen eigenen Dorfklub in die Bundesliga bringt. Ich brauche ihn nicht, weil es mir, das Stadion gibt mir nichts. Es gibt mir nichts, dass das Stadion oft gar nicht ausverkauft ist. Aber ich finde das alles völlig legitim. Aber wie die sich gerade da selber zerlegen, ich habe jetzt gar kein großes Interesse, da total in alle Einzelheiten zu gehen. Ich weiß nur, dass Alexander Rosen meiner Meinung nach gut eingekauft hat. Denn ich glaube, viele denken ja auch immer, ja okay, der Hopp, der macht die Chateau laufen, dann haben die die Spieler, das stimmt ja nicht. Es ist ja ganz klar, er hat ja finanziell sich unabhängig davon gemacht. Das heißt, die müssen erst immer Spieler verkaufen. Das haben sie ja in der letzten Zeit eine ganze Menge zu echt guten Preisen verkauft und müssen dann neue Spieler dazukaufen. Und das hat, finde ich, Alexander Rosen immer wieder geschafft, siehe jetzt die Qualifikation für die Europa League. Und man kann sich das ja vom reinen Fußballerischen her eigentlich ganz gut angucken. Ich finde auch, dass Matarazzo einen guten Job gemacht hat, in der ersten Saison in höchster Abstiegsgefahr den Verein gerettet, dann nach Europa geführt. Und der steht ja eigentlich fast hilflos dazwischen. Und irgendwie weiß man gar nicht, Rosen hatte irgendwie eine andere Ausrichtung. Der wollte das Geld, das eingenommen wurde, auch für Bayer zum Beispiel, der jetzt nach Dortmund gegangen ist, investieren. Dann hieß es eher, schwieriger, jetzt ist er weg. Jetzt sind insgesamt 60 Millionen ausgegeben worden. Ich kenne die Kandidaten teilweise gar nicht, die da auch jetzt gegeneinander antreten. Und wenn Oliver Baumann dann sagt, wir haben eh schon nicht die lautstärkste Unterstützung im Stadion. Und wenn dann die Ultras oder die Hardcore-Fans dann auch noch den Support völlig einstellen, dann wirkt das schon so ein bisschen grotesk, weil Hoffenheim ja eigentlich eh immer das Problem hat, dass alle sagen, boah, da ist jetzt gar nicht so viel los oder sowas. Also ich weiß es nicht, wenn ich eh schon noch wenig Beachtungen gegen Liebe in ganz Fußball-Deutschland stoße, ob das dann der richtige Weg ist, sich mit Krawall hier selber zu zerlegen. Ganz lustig eigentlich, wenn man mal so überlegt, also das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber auch doch vergleichbar. Braucht man Hoffenheim, würden wahrscheinlich 70 Prozent sagen, nicht unbedingt. Braucht man Chelsea, würden wahrscheinlich auch 70 Prozent sagen, nicht unbedingt. Die zerlegen sich auch gerade. Guck dir mal den Tabellenplatz an, wenn du rüber nach England guckst. Auch blau-weiß. Aber es ist auch Teil der Wahrheit, dass sie ja jetzt irgendwie nach der 1-3-Platte in Frankfurt, hat er ja ein bisschen was verändern müssen. Prümel, Kreuzbandriss, Losek, dann kurzfristig Oberschenkelprobleme hatte der, hat dann einen Grillitsch genommen und Berischer, der kommt nach einer Kreuzbandverletzung zurück. Und lange Zeit auch, da waren wir 23, hatte er sich die zugezogen. Also der war jetzt fast ein Jahr weg. Und somit ist dann Grillitsch wieder in die Mitte Abwehrkette gerückt und stach auf der Doppelsechs wieder zurück. Also es ist insgesamt natürlich dann einfach nochmal eine neue, ja, keine Ahnung, neue Zusammenstellung. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber du hast völlig recht. Mal fernab davon, dass er seine Schwierigkeiten hat, ist es auch so, dass dieser Verein, jetzt kann man sagen, brauchen wir den oder brauchen wir den nicht. Das ist eine andere Diskussion. Ich denke, sie sind jetzt irgendwie, boah, wie viele Jahre sind es jetzt Bundesliga? Ich habe es aufgehört zu zählen irgendwann. Boah, also auf jeden Fall über 15. Kam ein Ende der 2010er Jahre in die Bundesliga. Siehst du, ich hätte jetzt irgendwie gefühlt, irgendwie seit 20 Jahren irgendwie sowas. Also ich würde jetzt sagen, irgendwie 2, 7 oder 2, 8. Okay, gut. Jetzt sind sie aber auch da natürlich auch etabliert und eingekommen. Längst etabliert, muss man sagen. Deshalb muss man sich damit auseinandersetzen. Und das geht uns ja auch mit Leipzig so. Es gibt ja immer so Vereine, wo du sagst, okay, die sind gewachsen mit viel Geld. Ja, aber da muss ich jetzt direkt einschränken. Also das ist für mich was komplett anderes. Also ich brauche, wie gesagt, Hoffenheim überhaupt nicht. Aber ich finde es völlig legitim, dass Dietmar Hopp mit seinem Geld, wenn die anderen Klubs in der Region, wie der KSC und Waldhof damals vor 20 Jahren, sein Geld nicht wollten, wenn er dann sagt, dann stecke ich es mal in den Heimatverein. Was in Leipzig passiert ist, ich kann das alles anerkennen, dass man sagt, es ist schön, dass in Leipzig Bundesliga-Fußball ist, dass jugendliche Spieler ihre Idole sehen. Aber das ist ein einmaliger Vorgang, der mich immer noch fassungslos zurücklässt. Ein österreichischer Brausehersteller guckt sich die deutsche Landkarte an, sieht, im Osten ist viel weiß. Dann kaufe ich einen Verein wie Mark Rähnstedt, das ist in der Nähe von Leipzig, und baue da einfach Strukturen hin und bringe diesen Verein bis in die Champions League. Und da braucht mir auch keiner zu kommen, ja, aber das war mit klugem Scouting und so. Nein, die haben in jeder Liga, bis sie in der Bundesliga waren, einen Etat gehabt, der viermal so hoch war wie der erste Verfolger. Also da in die Liga zu kommen, das ist überhaupt keine Leistung für mich. Dass sie in der Bundesliga richtig gute Personalentscheidungen getroffen haben, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich kann weder mit Leipzig noch mit Hoffenheim emotional was anfangen, aber die Fälle vergleichen, das kann man eigentlich nicht direkt. Das soll man auch nicht miteinander vergleichen, und das meinte ich damit auch nicht. Ich habe nur gesagt, brauchen wir diese Vereine, und wie würden wahrscheinlich 70 Prozent, 80 Prozent der Fußballfans reagieren? Und natürlich sind das zwei völlig unterschiedliche Geschichten, ganz klar. Aber es geht um den Faktor Geld, und es geht um den Faktor, da ist eine Landkarte weiß, genauso wie bei Herrn Hopp ja auch. Und ich mache mein eigenes Ding, oder wir als Brausehersteller machen unser eigenes Ding und bauen uns da einen Fußballklub zurecht, der in der Bundesliga dann irgendwann Bestand hat mit viel Geld. Und dann funktioniert das auch. Und das ist ja auch der Beweis, dass es mit viel Geld geht. Okay, aber ich finde, wir haben jetzt eigentlich schon viel zu lange drüber geredet. Nur eine ganz kurze Frage. Würdest du Hoffenheim tatsächlich als weißen Fleck da, also ich meine, da hast du im Umkreis, glaube ich, von 60 Kilometer, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim noch als Traditionsverein, ein bisschen weiter weg Frankfurt und Lautern. Also das ist für mich kein weißer Fußballfleck. Ist total richtig. Für Herrn Hopp war es ein weißer Fleck, weil er einfach was zu spielen wollte. Aber lass uns doch mal, du bist doch manchmal auch so, ich habe manchmal das Gefühl, du triffst dich heimlich zu Workshop-Seminaren mit Didi Hamann. Ja. Weil du ja manchmal auch Aussagen tätigst, die ja bewusst provokant sind. Wie hast du seine musiale Aussage? Also für die, die es vielleicht nicht gehört haben, er hat gesagt, wenn es die Möglichkeit gäbe, Musiala mit Wirtz zu tauschen, dann sollten das die Bayern auf jeden Fall tun, weil er ihm, jetzt ganz verkürzt vorgeworfen, den er zwar einen der besten Dribbler der Welt hält, aber viel zu eigensinnig, wie gesehen beim Gegentor in Holland. Das war ungefähr seine Aussage. Ja, das ist genau, also er trifft einen Punkt, der richtig ist. Also ich kann den Aufschrei nicht verstehen. Also wenn man jetzt rein faktisch argumentieren will, dann hat Didi Hamann recht. Das stimmt in großen Teilen. Wirtz ist sicher der bessere Teamspieler und es ist sicher auch der, der präziser ist. Das muss man, glaube ich, auch unterschreiben. Es geht nicht darum, wer der bessere Spieler ist. Ich glaube, darum kann es nicht gehen, weil sie total unterschiedlich sind und auch unterschiedlich ticken vom Charakter her. Wenn du aber nur rein das, was Didi Hamann da angesprochen hat, dir vornimmst, dann stimmt das. Es gibt den Aufschrei, weil Didi Hamann Didi Hamann ist und weil Didi Hamann immer mal auch Aussagen tätigt, die ich besser nicht hätte machen können. Und deshalb wird er natürlich auch von den Bayern gehasst, aber er trifft immer mal wieder einen wunden Punkt und ich glaube, dafür ist ja ein Experte am Ende des Tages auch da. Es geht nicht darum, alles zu feiern, weil dann könnte man sich einfach mal, keine Ahnung, vielleicht 18 Clubmitgliedschaften ans Bein binden und er ist mal ein Fan von allen Mannschaften. Darum geht es nicht als Experte. Aber bei der Aussage, die er getätigt hat, was kann man zumindest nachvollziehen? Und das kann man natürlich auch nachvollziehen, dass sich dann der Tegernsee, der brodelt halt. Da ist ja das Ungeheuer vom Tegernsee, das taucht auf und speit. Das ist halt auch dann irgendwie Teil der Unterhaltung. Wie siehst du das Ganze? Ja, es hat ja mehrere Facetten. Also kommen wir erst mal auf das rein Sportliche. Genau. Da sind für mich Musiala und Wirz, beide Spieler, die am Rande der Weltklasse stehen. Und ich denke, wenn sie von Verletzungen und irgendwelchen anderen Sachen verschont bleiben, werden sie über Jahre Weltklasse sein. Und ich glaube, das, was Ronald Kuhmann sagt, er beneidet die deutsche Nationalmannschaft und die beiden, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube auch, dass Musiala einer der wahrscheinlich besten Dribbler im Moment ist im Weltfußball oder in der europäischen Spitze, was es ja nur noch ganz, ganz selten gibt. Spiele werden ja heute über gegen Pressing und System und wir müssen in unsere Abläufe und in die Räume kommen. Und dann so ein Individualisten wie Musiala, der einfach mal ein Spiel alleine entscheiden kann. Seine Dribblings erinnern ja fast an den jungen Messi. Das hat ja was irgendwie, das sage ich selber als Nicht-Bayern-Fan, das hat ja echt was Schönes. Und das ist eine ganz spezielle Gabe. Ich glaube, das wird in seinem wahnsinns jungen Alter, der trägt ja schon eine ganze Mannschaft, der hat vielleicht ein bisschen mehr noch sogar die Abwägung, muss da ein Pass hin, er ist ja auch gut im Dribbling oder setzt sich ein Mitspieler ein. Auf der anderen Seite, bei Dribblern ist es halt so, wenn sie zehnmal ins Dribbling gehen, da gewinnen sie maximal vier oder fünf. Wenn aber da ein Entscheidender dabei ist, dann hast du halt eine Waffe auf dem Platz. Und ich finde, man kann Musiala, ich habe den jetzt auch schon oft bei großen Turnieren, auch bei der Nationalmannschaft erlebt, also dass der das so aus dem Egoismus oder etwas Dievenhaft macht, das sehe ich überhaupt nicht. Ich finde, er ist manchmal zu eigensinnig, dafür ist er aber noch ein junger Spieler. Und es an einer Szene jetzt unbedingt festzumachen, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite trifft Didi, wie meistens bei seinen Aussagen, schon einen kleinen Kern, weil es gibt manchmal auch Mitspieler, die ihm schon vorwerfen, ein bisschen zu eigensinnig zu sein, wenn er drei hat stehen lassen, den Ball quergespielt, ist es besser, als noch in den Vierten ins Dribbling zu gehen. Was ich interessant finde bei der ganzen Diskussion, natürlich, Didi ist ja geprägt in England, er hat damals seine ehemaligen Mitspieler, wie Carragher, im englischen Fernsehen gesehen. Und was da über Spieler gesagt wird, zugespitzt, das kannst du ja gar nicht vergleichen mit dem, was bei uns der Fall ist. Und er schafft es halt immer wieder, mit seinen Aussagen im Gespräch zu sein. Ich bin auch nicht bei allen Aussagen von Didi Hamann bei ihm, finde manche auch diskutabel oder manche andere finde ich komplett umgekehrt. Aber man muss doch jemandem, der im Fernsehen ist und der selber Nationalspieler und Champions-League-Sieger und Vize-Weltmeister war, erlauben, seine Meinung zu sagen. Und ich finde, das ist mittlerweile, hat das eine Dimension angenommen. Hamann sagt was, die Bayern haben gefühlt eine eigene Pressekonferenz dazu. Ich finde auch, klar, das haben wir ja eh schon besprochen, wenn die Bayern sich angegriffen fühlen, dann zitieren sie ja bis zum Grundgesetz eigentlich alles. Und ich muss auch sagen, nach dem, was ich letzte Woche hier und auch in der Glanzparade gesagt habe, das muss man sich mal überlegen. Ich habe gesagt, es hätte Manuel Neuer gut zu Gesicht gestanden, öffentlich mal zu sagen, ich wünsche der Nationalmannschaft, der ist ja angeblich der größte Fan jetzt, alles Gute und vor allen Dingen auch meinem Nachfolger. Das hat er jetzt so verklausuliert, ich wünsche allen Torhüter nur das Beste in Kiel gesagt. Wenn man einfach nur appelliert an etwas wie Sportsgeist oder so, den Neuer wird das null interessieren. Was ich sage, muss den auch überhaupt nicht. Was ich diese Woche von Bayern-Fans für Beleidigungen bekommen habe, auf Instagram und auf anderen Netzwerken und sowas, also das ist bodenlos. Ich weiß, dass ein ganz großer Teil der Bayern, jeden Satz, den man gegen ihren Wunderklub, das Vorbild, überhaupt nur was sagt, dass das bei denen Reflexe hervorruft, die absolut der Wahnsinn sind. Aber das muss ich sagen, was ich da diese Woche gelesen habe, also das war Bodensatz, Plankton-Präkariat von den Mariannen-Graben. Also das war ganz, ganz weit unten. Und da muss ich sagen, da muss der eine oder andere auch mal sich echt überlegen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat, wenn man nicht mal mehr sachlich über Fußball unterhalten sich kann. Und Didier Hamann sagt einfach, er findet, eben gut zu Gesicht gestanden. Das ist einfach nur peinlich. Es ist vor allen Dingen nur Fußball. Das muss man halt auch mal so ganz klar. Hier geht es nicht ums Leben und hier geht es nicht um große Weltpolitik und keine Ahnung. Und ich finde auch in der Tat der Aufschrei in den sozialen Netzwerken. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen wirklich nichts anderes mehr zu tun haben, als da ihren Scheiß abzulassen. Und ehrlicherweise, es gibt ja irgendwie einige tausend Menschen, die diesen Podcast Woche für Woche, Montag für Montag oder Dienstag, je nachdem, hören und wir müssen ja nicht für alles gefeiert werden. Aber ich glaube, man kann sich auch ganz normal unterhalten. Irgendwann hat das auch was. Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt einige, die haben irgendwie keinen Grundschulabschluss geschafft und deshalb brauchen sie dann irgendwie diese sozialen Netzwerken, um tatsächlich mal irgendwie sich Luft zu verschaffen. Ist auch in Ordnung, dass man sich Luft verschafft, liebe Leute, aber geht auch einfach eine Runde laufen. Die Zahl an Rechtschreibfehler würde auf jeden Fall darauf hin, die Anzahl würde darauf hin deuten. Ja, das ist, ich gehe gar nicht so weit. Ich sage immer irgendwie, für Bildung kann kaum jemand was, aber einen Grundschulabschluss sollte man irgendwie haben. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Geschichte. Lass uns von Didi Hamann vielleicht nochmal gleich bei den Bayern bleiben. War das erwartbar, 1 zu 6, oder ist es ein bisschen hoch? Ja, also es war ja eigentlich direkt schon entschieden. Man muss sagen, ich habe das Gefühl, es weht... Nach 14 Sekunden, ja. Ja, ja. Also wir kommen ja gleich dann noch auf Kiel nach den Bayern. Es weht schon, habe ich das Gefühl, so ein bisschen ein neuer Wind an der Säberstraße. Neuer Wind. Ja, gut, es mag tatsächlich für Manuel Neuer selber und Thomas Müller, wenn sie jetzt zurückgetreten sind, hast du natürlich trotzdem noch Ambitionen. Das setzt sicher Kräfte für die Bayern frei. Die Diskussion um Kimmich ist so ein bisschen, ich finde, das hat er ganz gut gelöst. Er hat ihm das Gefühl gegeben, ich lasse dich im Mittelfeld spielen, weil Kimmich bei beiden, also Nationalmannschaft und Bayern auf rechts, das wäre vielleicht für sein Ego auch ein bisschen schwerer. Ihm tut die Binde der Nationalmannschaft anscheinend gut. Kane ist motiviert nach einer doch eher durchwachsenden Europameisterschaft. Auf der anderen Seite in Wolfsburg zu Hause gegen Freiburg, in Kiel, neun Punkte, das darf man von den Bayern erwarten. Aber diese Lust, diese Hunger, den sie haben, den sie letztes Jahr, wenn sie mal in Führung hatten, nicht ausgestrahlt haben, und wenn du auf den Kader guckst, es ist meiner Meinung nach eigentlich immer noch der Beste der Bundesliga, wenn die jetzt mal ins Rollen kommen und sich darüber das Selbstvertrauen holen, dann heißt der Titelfavorit eigentlich wieder Bayern. In zwei Wochen das Spiel gegen Leverkusen, das wird der erste Gradmesser sein. Eberl hat jetzt gestern gesagt, mit Kimmich geht es dann auch ums Geld, also der scheint wirklich das Sparbuch in der Hand zu haben, aber ich finde, man kann schon konstatieren, dass Kompanie an derselben Straße angekommen ist. Frage an dich, wie ist denn das, wenn du aus der zweiten Bundesliga kommst und wenn du Rehmberg oder Weiner heißt und ein Hurricane rollt auf dich zu, oder du spielst dann vor allem mal gegen so jemanden, geht dir nicht einfach einfach normal, ist es nicht normal, dass dir da ein bisschen der Stift geht, dass du da einfach auch ehrfürchtig sagst, krass, wo stehe ich eigentlich jetzt hier? Ja, ich meine, sie haben ja vor drei Jahren dieses Wahnsinns-Corona-Pokalspiel gewonnen, ohne Zuschauerunterstützung, das war ja eigentlich damals Wahnsinn und alle haben vielleicht auch so ein bisschen darauf gehofft, dass es so eine Reloaded-Sache geben könnte, aber du hast es ja richtig gesagt, also nach 14 Sekunden, wenn man auf so eine einfache Art und Weise dann auch eingeladen wird und wenn die Bayern dann Hunger haben, dann wird es halt schwierig. und ich habe das Gefühl, dass beide Aufsteiger gerade wirklich so eine ganz schwere, wie soll man das sagen, eine schwere, harte Landung in der Realität haben. Ich finde es bemerkenswert, was beide in der zweiten Liga geleistet haben im letzten Jahr und ich finde auch, dass Kielstrainer einen riesen Job macht, aber jetzt kommst du dann irgendwann schon auch an deine Grenzen und Hoffenheim hat begonnen in Hoffenheim, Kiel hat begonnen in Hoffenheim, hat dann zu Hause Wolfsburg, die haben auch jetzt Ambitionen wieder nach Europa zu kommen und gegen die Bayern, das ist auch kein leichtes Anfangsprogramm, jetzt spielen sie nächste Woche in Bochum, das dürfte dann der erste Gegner mit Kragenweite sein, aber wenn du nicht direkt von Beginn an in den Lauf kommst oder direkt auch mal eine Überraschung schaffst, je länger das dauert, umso schwieriger wird es dann werden für Kiel. Also ich glaube, das ist keine Prognose, für die ich hier gefeiert werden muss, wenn ich sage, dass Kiel sicherlich bis zum Schluss im Abstiegskampf aktiv sein wird. Hast jetzt die Frage geschickt ausgewichen, wie das so ist als Spieler. Du, ich habe auf diesem Niveau nicht gespielt, ich habe in der vierten Klasse gegen Legenden aus der dritten Liga treten dürfen. Natürlich kannst du Respekt haben bei dieser Mannschaft, aber Teile davon waren ja nur noch drei oder vier da, die haben ja vor drei Jahren auch gegen die Bayern gewonnen. Ich glaube, das ist einfach echt eine Sache des Spielverlaufs, wenn du eine Viertelstunde, 20 Minuten im Spiel drin bist und merkst, heute kann ich auf dem Niveau selbst mit einem Kane, mit einem Müller, mit einem Musialer mithalten, dann fängst du ja auch an zu glauben daran. Aber wenn du nach 14 Sekunden ein Gegentor bekommst, dann werden die natürlich noch größer. Wie lange, andere Frage, wie lange bleibt Peter Zeidler Trainer in Bochum? Ich denke, dass Kiel schon jetzt ein weiches Spiel wird. Ich finde Zeidler einen sehr interessanten Typen. Ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht noch gesehen hast am Wochenende im Sportstudio. Er hat ja auch so ein bisschen den Gang durchs Ausland angetreten. In St. Gallen war er für seinen Spielstil bekannt. Ich hätte gedacht, dass Bochum ein bisschen mehr von dieser Euphorie mitnimmt, aus diesem Relegationswunder gegen Fortuna Düsseldorf. Pokal sind sie auch ausgeschieden. Sie treffen die Kiste nicht. Auf der anderen Seite, es ist halt selbst im vierten Jahr Bundesliga, hat man immer noch das Gefühl, dass der VW Bochum zu den Kleinen gehört. Gegen Kiel muss liefert werden. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, wie war das nochmal? Sie haben irgendwie mal unter Thomas Reis oder sie haben damals irgendwie, glaube ich, auch mal die ersten, ich weiß es gar nicht, die ersten fünf oder sechs Spiele haben sie verloren damals und dann haben sie sich gerettet, als Thomas Leitsch noch kam. Also Bochum hat eine Stehauf-Mentalität. Übrigens herzlichen Glückwunsch. Atta Lamek hat heute, glaube ich, vor, ich weiß es gar nicht, ich habe es irgendwo gelesen, vor 50 Jahren sein erstes Bundesligaspiel bestritten. Der Spieler mit über 500 Bundesligaspielen, der der einzige ohne Länderspiel ist. Eine Bochumer Legende, eine Bundesliga-Legende. Also fassen wir es zusammen. Wenn Bochum nicht gegen Kiel gewinnt, dann hat der VfL Schmerzen und Zeitler auch. Ich glaube noch nicht, dass wir dann über die Ablösung reden, aber das Spiel sollte er schon tun, ist gewinnen. Gehen unsere guten Wünsche raus an Kevin Trapp? Ja, sie gehen raus an Kevin Trapp. Üble, üble Verletzung. Fakt ist aber auch, dass die Frankfurter, das vielleicht noch als letztes für die Bundesliga, kommen die langsam wieder zurück in Trott. Ich habe das Gefühl, die Energie ist eine andere und Dino Topmüller ist auch jemand, neben dem Produkt aus München-Gladbach, der sich jetzt beweisen, spätestens jetzt beweisen muss. Wie sieht es aus? Wie ist deine Prognose? Da bin ich ganz klar bei dir. Ich glaube auch, dass es 5 vor 12 für ihn war. Markus Gröcher hat sich bewusst Zeit genommen nach der Saison, hat das sogar ein bisschen offen gelassen am Anfang, ob Dino Topmüller überhaupt in die Saison geht. Es gab vernehmbares Krummeln im Stadtwald. Vor allen Dingen das desaströse Ausscheiden gegen Sanché Loire, das damalige Team von Pauli-Trainer-Plessin. Da können wir nächste Woche vielleicht auch mal drüber sprechen. Das hat für viel Unmut gesorgt und man wusste gar nicht, für welchen Spielstil steht denn eigentlich die Eintracht. Jetzt kann man sagen, hatten sie ihre Mannschaft relativ früh beieinander. Ich habe das Gefühl, er hat auch so ein bisschen angezogen, Topmüller. Und wenn du jetzt siehst, dass du Larsson und Skiri im Zentrum hast, Skiri letztes Jahr auch irgendwie in der Rückrunde gar nicht mehr so an seine Kölner Zeit anknüpfen können und hast dann vorne, jetzt muss ich noch mal aufpassen, Iki Tike, das ist der Wahnsinn, dieser Name. Du hast Mamouche und du hast Götze, der immer noch für Genie-Streiche gut ist und Larsson. Die sind echt junge, wilde. Heute hat mir ein Kumpel geschrieben, ist das schon die Büffelherde 3.0. Das sind ja ganz filigranere Spieler, gar nicht zu vergleichen mit dieser Mannschaft und der Hütter, die mit Wucht eigentlich alles Elfengleich, schweben sie über den Platz, Elfengleich. Ja, genau, genau. Also, Frankfurt ganz klar für mich Top 6, ich glaube, die dürfen dieses Jahr sogar an der Königsklasse schnuppern. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Ich drücke die Daumen. Wir gehen in die zweite Bundesliga und ich sage herzlichen Glückwunsch zu einem unfassbar guten Spiel des Hamburger Sportvereins gegen Jan Regensburg. Gleich die kalte Dusche von Königsdorfer. Was ist mit Königsdorfer eigentlich passiert? Der ist gefühlt auch irgendwie in den Zaubertrank gefallen. Also, irgendwie hat Obelix, Baumgart, dafür gesorgt, dass Königsdorfer wieder in den Tritt gekommen ist. Und es hat dann ihm wahrscheinlich den Tritt in den Allerwertesten gegeben und das hat dafür gesorgt, dass Königsdorfer wieder Königsdorfer ist. Also, das ist tatsächlich, das ist Baumgarts Verdienst, würde ich sagen. Der hat ihn richtig stark gemacht, Königsdorfer, der gefällt mir auch richtig gut. Glatzel daneben. Ich möchte das aber bitte jetzt auch nicht überbewerten. Also, es war schon so, Schonlau mit einem Katastrophenpass. Das 1-1 hat nur wegen einem paar Millimeter nicht gezählt. Ich nehme 2-0 und 3-0, was teilweise echt so ein bisschen lethargisch. Wir schläfern uns gleich selber ein. Bemerkenswert finde ich, wenn du von der Bank dann Spieler wie Reis und Selke bringen kannst oder Dom P. Das war... Wahnsinn, Dom P war ja Wahnsinn. Der ist ja explodiert. Ja, Dom P war echt richtig stark, muss man ehrlich sagen. Und vorher hat Fabio Balde auf der Außenbahn gespielt. Das ist ein Eigengewächs. Hamburger Junge, hat seinen Vertrag verlängert, weil er, wie er sagt, beim geilsten Klub überhaupt spielt. Also von daher, da kommt dann auch was fürs Herz dazu. 5-0 musst du aber erst mal zu Hause auch gewinnen. Ich will das gar nicht kleinreden, aber jetzt kommt der Dreierpark Lautern, Paderborn, Düsseldorf. Das wird dann sicherlich so ein bisschen die Nagelprobe sein. Aber ich würde heute tatsächlich mal eigentlich anfangen wollen in der 2. Liga. Wir müssen mal über Düsseldorf und Karlsruhe reden. Also das ist schon bemerkenswert, der Start der beiden Mannschaften. Wie ordnest du das ein? Ja, Wahnsinn. Hätte ich am Anfang der Saison never ever gedacht. Bei beiden nicht. Karlsruhe, ja, da hätte ich vielleicht schon einfach schon eher, aber vielleicht hat das eher was mit Folklore und Tradition zu tun, dass man sich erhofft, dass Karlsruhe irgendwann mal wieder auch eine etwas größere Rolle spielt, nach gefühlt 25 Jahren. Ich war überrascht, aber es ist einfach, der Start ist gelungen und ich finde es super, dass diese Liga so eng ist. Also für uns beide ist es schwer auszuhalten, dass sie so eng ist, aber es tut einfach auch gut und es ist für mich einfach deshalb die spannend, also es ist fast die spannendere Liga. Jetzt haben wir natürlich die großen, glanzvollen Namen der ersten Bundesliga und du hast in der zweiten, ja auch, aber da ist es wirklich mehr Tradition. Aber was da an Fußball gespielt wird, kann sich durchaus sehen lassen. Es ist nicht so eklatant, der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Jetzt könnte man sagen, ja, aber guck doch mal nach Kiel und guck doch mal nach Hamburg und nach St. Pauli und guck doch mal nach Bochum, da klafft es schon auseinander, das stimmt, aber um die Frage nochmal klar zu beantworten, ich bin froh, dass es so in der Tabelle aussieht, wie es in der Tabelle aussieht. Das muss Anreize schaffen, hoffentlich. Also ich glaube, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga brutal groß ist und immer größer wird. Ich sehe es aber in einem Teil schon wie du, durch viele abgestürzte Traditionsvereine und diese unfassbare Dichte in der zweiten Liga ist es eine wahnsinnig interessante Liga, da bin ich absolut bei dir. Kommen wir nochmal ganz kurz in die Tiefe beim KFC, wir haben das schon einmal angesprochen, also wenn du Matanovic, Nebel, Stindl, Gondorf, Treves, Heise und Tide verlierst, da hätte ich jetzt so gedacht, boah, und sie lagen zur Halbzeit im ersten Spiel gegen Nürnberg mit 2-0 zurück, da habe ich gedacht, das könnte eine schwierige Saison werden, weil du brauchst ja gerade in dieser zweiten Liga eine gewisse Stabilität. So, und jetzt war ich am Freitagabend da gegen Schalke, ich war vorher einmal letztes Jahr da gewesen, gegen Düsseldorf glaube ich, da fand ich schon das neue Stadion schon beeindruckend, aber am Freitag habe ich gedacht, boah, was können diese 34.000 da für eine Wucht entfachen, das war wirklich Wahnsinn, also eine Dauerlautstärke. Dazu, das muss ich dann auch sagen, ist der Rasen in einem erstaunlich schlechten Zustand, für das es ein neues Stadion ist und wir gerade aus dem Sommer kommen, aber vielleicht ist es für die Spielweise und damit komme ich auf das, was den KS so stark macht, gar nicht mal ein Nachteil, weil das ist im positivsten Sinne so eine richtig abgezockte Zweitligamannschaft. Die wissen halt, wie man spielen muss, die haben hinten so einen Haudegen wie Franke, finde ich super, dann ein Jung, der war damals mal Jung-Nationalspieler, leider schwer verletzt, aber was der eine Power über rechts macht, wahrscheinlich einer der besten Rechtsverteidiger der Liga, Günther marschiert rauf und runter, dann hast du mit Jensen und Rappwelsche, die sich jetzt so entfalten, wo die anderen weg sind, Wanicek, das ewige Rätsel Wanicek, warum spielt der nicht längst in der Bundesliga, ich finde den sensationell, auch mit seinem Standard, Entschuldigung, Standard, und vorne, Schleusener, der war schon wie oft abgeschrieben, Ziv C. Warze, der hat eine, also das zweite Tor, das hat das ganze Stadion so mit reingedrückt und es gibt für mich im Moment wenig Gründe, warum ich sage, dass der KSC da abreißen lassen muss, die waren siebter, sechster, fünfter, ja, jetzt hat Eichner wieder was aufgebaut, auch eine Frage, warum ist der Vertrag nicht längst verlängert, das muss man auch ganz klar sagen, aber, also wie gesagt, ich erwarte den KSC bis zum Ende oben dabei, unter den Top 5 auf jeden Fall. Wo erwartest du, Karl Gerraths in drei Wochen? Ja, er spielt jetzt gegen Darmstadt und gegen Münster und ich würde sagen, er braucht dringend, also alles unter vier Punkten ist unverhandelbar, aber ich glaube, er braucht eher sechs, sonst war es das. Man muss aber auch sagen, das ist schon ein schwieriges Gebilde, auch mit Ben Manga, dem ja praktisch Wunderdinge vorauseilen, seit er damals so einen guten Job in Frankfurt gemacht hat. Also ob der Kader jetzt mit solchen Rohdiamanten gespickt ist, wie das viele gesagt haben, weiß ich nicht. Sie haben es nach hinten noch ordentlich gemacht, nach vorne war gar nichts. Es wird auf jeden Fall mega unruhig auf Schalke und ich würde aber gerne noch mit dir einen Blick erstmal psychologisch auf Düsseldorf werfen, denn ich frage mich tatsächlich, wie die diesen Relegationsschock da weggesteckt haben und den Weggang von Spielern wie Ciollis, also das finde ich schon beeindruckend. Ja, wobei ich bin fest davon überzeugt, dass die auch was dafür getan haben, auch innerhalb der Mannschaft und auch innerhalb des Coachings. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so gekommen ist, weil das alles so gefestigte Spieler sind, sondern ich glaube, das ist ganz viel Arbeit im Hintergrund, die da geleistet wurde, um das aufzuarbeiten, auf der einen Seite, um sich neu zu sortieren für diese Saison und ich glaube auch, dass der Wille einfach da ist, auch von den Verantwortlichen sowieso, aber diesen Verein irgendwann in der ersten Fußball-Bundesliga wieder zu sehen und ich habe auch den Eindruck und ich habe auch so ein paar Informationen, dass die einfach auch akribisch daran arbeiten. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, wir probieren einfach mal was aus und dann kaufen wir den noch und der wird wieder verkauft, sondern da ist ein gewisses System dahinter und du siehst es letztendlich ja auch beim Trainer. Das Spielsystem, die Spielidee hat sich quasi kaum geändert und das ziehen die durch. Also systematisch hangeln sie sich nach vorne und für mich ist es insofern überraschend, dass sie das erst mal verwinden mussten, aber es ist auch wiederum nicht verwunderlich, weil wenn du weißt, dass das einfach ein Verein inzwischen geworden ist, der Struktur hat und der auch immer bessere Strukturen hat, dann ist es kein richtiges Fußballwunder, um das mal so zu sagen. Aber man fragt sich ja trotzdem, warum eigentlich der Verein so viele Abgänge hatte. Sie haben diese Ambitionen, genau was du gerade sagst und ich frage mich dann schon, okay, warum müssen all diese Spieler weg? Also ein Ciollis, habe ich ja schon gesagt, den konnten sie einfach gar nicht halten, aber man hat ja das Gefühl, es muss immer noch etwas ausgebügelt werden und sie haben jetzt irgendwie neu eingekauft, Spieler wie Tim Rossmann, der hat beim KSC, ja, war einer unter vielen, dann haben sie Denny Schmidt geholt, der kam aus der Regionalliga von Mainz 2, dann haben sie so ein paar, wie soll ich mal sagen, so ein paar ganz alte Haudegen wie Hoffmann und Klaus. Kastenmeier, finde ich, ist ein Faktor, weil der mittlerweile, der war für mich ein Unsicherheitsfaktor, der ist mittlerweile ein Stabilisator, aber wenn ich die Mannschaft von den einzelnen Spielern sehe, bei allem Respekt, also ich glaube, dass Daniel Thun ein wahnsinnig guter Trainer ist, also dann fallen mir mindestens sechs, sieben Mannschaften ein, die ich vom Kader, von der Einzelqualität besser besetzt finde, deshalb finde ich das schon bemerkenswert, auch dieses Ding wegstecken, du bist mit anderthalb Beinen und acht Zehen in der Bundesliga und musst diesen Schock erstmal verarbeiten, also ganz großen Respekt an Düsseldorf, bin mal gespannt, bin am Samstag beim Derby gegen den FC, da freue ich mich drauf. Puh, ja, hast du da schon einen Tipp? Ganz schwer zu sagen, also um vielleicht gerade die zweite Liga dann mit dem FC abzubinden, ist natürlich grotesk, dass der FC dieses Spiel verliert, indem er wirklich richtig guten Offensivfußball spielt, 1-0 führt, den Sack nicht zumacht und das Spiel hinten raus verliert, da weißt du ja gar nicht, wie kann sowas kommen. Einziger Punkt, der hier übrigens im Podcast vor drei Wochen schon angesprochen wurde, sie gehen ohne einen Stürmer in die Saison, der nachgewiesen hat, auf diesem Niveau 15 Tore plus zu schießen. Und bei allem, ich bin ein großer Fan von Lämperle und sowas, also nicht falsch verstehen, aber du musst dann die Dinge auch reinmachen und in der zweiten Liga, auch das haben wir gesagt, reicht eine Aktion manchmal, um ein Spiel völlig auf den Kopf zu stellen, das gibt es in diesem Extremen in der Bundesliga nicht und das Startprogramm des FC war jetzt auch nicht so, dass du sagen musst, boah, die haben jetzt alle Granaten gespielt, erster Spieltag mit Konkurrenten HSV, dann in Elversberg gegen Braunschweig, in Schalke, die auch kein Aufstiegskandidat zu sein scheinen und jetzt gegen Magdeburg. Also, ich finde, dass die Mannschaft schon teilweise echt Spaß macht, da zuzugucken, aber vor dem üblichen Warn in Köln würde ich jetzt auch vielleicht ein bisschen warnen, denn du hast dann auch zu viele Phasen im Spiel, in denen du keine Konsequenz zeigen kannst. Ja, das kann man jetzt aber auch kaum noch jemandem zumuten, ehrlicherweise. man merkt jetzt auch, dass du dieses Problem ja mitschleppst aus der ersten Liga und ich finde, jetzt ist es auch wirklich an der Zeit, dass da irgendwas passiert, so was geht es so tatsächlich nicht weiter. Ja, aber was willst du machen? Du kannst doch keine neuen Leute kaufen. Vielleicht ist es dann, also wir sind ja alle, wir sind ja alle Trainer des ersten FC Köln, alle und vielleicht einfach mal ein paar Torschüsse üben mehr und es ist wirklich, es ist nicht zu ertragen, weil du einfach, du sitzt da und denkst so, alles gut, das läuft und dann hast du 33 Chancen, Magdeburg hat zwei, macht die dann auch und du denkst so, was soll denn jetzt noch passieren? Also, was machst du denn jetzt noch? Und dann wechselst du hinterher dann noch Adalman und Tigges ein. Da fällt mir dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel ein, wo ich denke so, okay, Waldschmidt, Entschuldigung, wo ich dann denke, Waldschmidt ist der Schatten nach wie vor seiner selbst, Damian auch, Tigges ist nie in Köln angekommen, saß in Dortmund schon auf der Bank, da kriege ich schlechte Laune, da kriege ich als FC-Fan wirklich als Fan total schlechte Laune und ich kann auch total mittlerweile verstehen, dass die Fans da Transfersperre hin oder her einfach auch sagen, ja, wie wäre es einfach mal mehrere Einheiten nur Torschüsse zu üben, wie wäre das? Das ist nicht zu ertragen. Boah, das ist also wirklich, du ziehst mich jetzt am Montag, ziehst du mich runter. Du wolltest aber noch, du wolltest noch Fabian Hürzler loben, ist zum Trainer des Monats gewählt worden, obwohl er jetzt zu Hause gegen, ich glaube es war Ipswich, nur 0 zu 0 gespielt hat. Ja, aber Brighton, tut mir leid, tut mir gefallen, der Knabe ist 31, jetzt sind sie hinter den großen, hinter den Fab 3, auf Platz 4. Sie sind jetzt abgefallen, dadurch, dass sie gestern nur 0 zu 0 gespielt haben. Sind sie? Ich glaube, Platz 6 sind sie jetzt. Also, ich finde es aller Ehren wert und ich finde es auch, also der hat ja einen, um es vorsichtig zu sagen, einen gewissen Irrsinn auch in sich, aber das scheint irgendwie dann doch auch zu motivieren in dieser Truppe und wenn du siehst, auch wie sie spielen, mir macht das sehr große Freude, dass es einfach so eine Mannschaft gibt, die da oben mitspielt und also du weißt, dass ich bekennender Fan auch des englischen Fußballs bin, aber ich habe gestern Dings gesehen, na, oder war es vorgestern? Verdammt, ich wette, Nottingham Forest habe ich gesehen. in Liverpool und dachte mir dann irgendwie so, ja, also, was ist mit Liverpool los? Geiles Spiel irgendwo, also, mir gefällt die Körperlichkeit, mir gefällt die Schnelligkeit und irgendwie haben wir jetzt da einen deutschen Trainer drin, der einen richtig guten Job hat und zu Recht auch Trainer des Monats geworden ist. Kann man auch mal feiern. Liverpool hat, glaube ich, die ersten drei Spiele unter dem neuen Trainer-Slot zumindest ergebnistechnisch gut gemacht. Das stimmt. Das Spiel gegen Nottingham war grauenhaft, also so einfach ist das dann sicherlich noch nicht. Man muss befürchten, dass City schon früh in der Saison wegzieht, wobei Arsenal hat gestern das Prestigederby bei Tottenham gewonnen. Ich mache mir große Sorgen um Everton, das zweite Mal einen 2-0-Vorsprung verspielt, das nur by the way. Ja, Brighton finde ich zwei Sachen bemerkenswert. Sie hatten mit De Serbi einen ganz besonderen Trainer, der jetzt nach Marseille gegangen ist und da auch gute Arbeit leistet. Sie haben auch ein ganz besonderes System gespielt. Dass das so nahtlos klappt, ja, schon Respekt. Ich finde ja, Fabian Hürzeler ist, also wenn du Selbstvertrauen abmessen würdest in Flaschen, dann hätte der wahrscheinlich so 18 Gallonen sich davon bestellt. Aber er unterfüttert es auch, das muss man ja klar sagen. Ich meine, er hat aber auch, das ist aber jetzt auch keine No-Name-Truppe mehr. Ich meine, die haben Europa gespielt, die haben vorne Wellbeck und Rutter, der damals in Hoffenheim richtig gut gespielt haben. Die haben ein starkes holländisches Element drin, also ein Benelux-Element mit Verbruggen und Feldmann hinten. Also das ist schon eine gute Mannschaft, aber trotzdem, so mit acht Punkten zu starten, alle Ehren wert und dafür einen herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir noch einen zu huldigen, der gesagt hat, ich hätte bestimmt das Zeug gehabt, Pelé zu werden, so gut wie Pelé zu werden. Allerdings hat es nicht ganz gereicht, weil da hätte ich wahrscheinlich andere Dinge bleiben lassen müssen. Der hat ja auch gesagt, die meisten Spiele, die mit 1 zu 0 enden, hat man gewonnen. Also Günther Netzer. Günther Netzer. Ja, viele haben ja dann gesagt, was ist denn das für eine Aussage mit Pelé? Also Günther Netzer, wer ihn jetzt selber mal erlebt hat, ist der ein so fantastischer, netter, geerdeter, höflicher und dennoch so pointenreicher Erzähler, auch so ein Mensch. Also der hat ja mit Größenwahn gar nichts am Hut, sondern ich glaube, er wollte damit genau, wie du sagst, ausdrücken. Also wenn ich jetzt auch noch den Ehrgeiz gehabt hätte, so viel zu trainieren, dann hätte ich auf einem Niveau wie Pelé ankommen. Du musst dir nur mal den Zusammenschnitt seiner Tore und seiner Vorlagen angucken. Das ist ja Wahnsinn. Er war nicht der Schnellste, trotzdem, was der für eine Ballbehandlung hatte. Und er hat so ein bisschen, glaube ich, auch in einer Zeit, gerade mit Franz Beckenmauer so im Doppelpass, den Fußball schon auch so aus einer Ecke rausgeholt. Also die waren so die Ersten, für die, glaube ich, auch mal Frauen ins Stadion gegangen sind. Sie waren beide auch auf Funktionärsebene sehr erfolgreich. Und ja, es gibt ja über Günther Netzer so viele Geschichten zu erzählen, dass er dann vor seiner Diskothek Laval's Lane immer seinen Porsche abgestellt hat. Dann dachten alle, oh, heute Abend ist er selber da. Er hat ein Wasser genommen und ist dann hinten durch den Hinterausgang raus und hat dann richtig gefeiert, irgendwo, keine Ahnung, in Düsseldorf oder sowas. Das ging ja auch früher noch. Er war mit Wolfgang Overrath, seinem großen Gegenspieler. Die waren ja auch befreundet oder sind befreundet, hier in Köln zusammen unterwegs. Und wenn du denkst, 80 Jahre, boah, wie vital und wie fit er auch noch ist, auch mit seiner fantastischen Ehefrau. Also, Günther Netzer ist eine Legende, der Gladbach auf die Weltkarte gebracht hat und er ist sicherlich auch ein Weltbürger. Das geben hinter vorgehaltener Hand ja sogar FC-Fans zu. Und ich meine, er hat dem HSV als Manager die deutsche Meisterschaft gebracht. Er hat mit Zäbetsch und Happel mit den besten Trainer gebracht. Er hat 83 die Champions League gewonnen mit dem HSV. dafür kriegt er nochmal von mir einen Glückwunsch. Und da gibt es auch eine nette Geschichte. Er war dann in den Trainingspielen immer noch so ehrgeizig. Und das hat mir dann Horst Ruberch mal erzählt. Er kam irgendwie von einem Europapokalspiel zurück und haben morgens so leichtes Auslaufen gemacht. Und Happel hat gesagt, Ernst Happel hat gesagt, er lässt den Netzer mitspielen, weil der war immer so ehrgeizig. Aber er hat der Mannschaft angeordnet, keiner darf Netzer einen Ball zu spielen. Und nachdem er eine Viertelstunde keinen Ball bekommen hat, ist er völlig ausgerastet, weil er richtig sauer war. Und die haben sich alle fast weggeschmissen. Weil, ja, selbst wenn er einen Meter neben dir stand, hat keiner Günther Netzer den Ball gegeben. Und das war natürlich eigentlich Frevel. Und es gibt so wunderbare Sätze, wie die meisten Spiele, die 1-0 ausgingen, wurden gewonnen. Ja, das habe ich ja gerade eben noch mal gesagt. Und ich finde auch, das passt ganz gut da rein. Erinnerst du dich? Es gab mal eine Szene, wir haben ja, glaube ich, alle diese ganze Geschichte mit Gerhard Delling geliebt. Ja. Und ich erinnere mich an eine Geschichte. Da fragt Herr Delling, wo waren Sie eigentlich am 7. Juli 1974? Ja. Er sagt, Netzer, im Stadion, Mann. Nur leider hat man mich nicht mitspielen lassen. Sagt der Delling, ich frage das nicht, um Sie zu ärgern. Sagt der Netzer, doch. Ja, die beiden haben sich wirklich, das war, ja, das war große, große TV-Geschichte, muss man ehrlich sagen. Ja, absolut. Weil dieser Schlagabtausch auch, ja, er kam jetzt, zwar manchmal hatte man das Gefühl, sie haben sich beide vorgenommen, aber er kam jetzt eigentlich nicht so gestellt rüber. Also, Günther Netzer ist ja auch hochintelligent, war ein erfolgreicher Geschäftsmann in der Schweiz und sowas. Also, ganz, ganz toll. Übrigens auch lustig, ich sollte ein Gespräch mit Rainer Bonhoff über Netzer haben, die beiden sind ja bis heute befreundet und Bonhoff hat sich auf der VIP-Tribüne verquatscht, kam dann runter und er hat einen 200-Meter-Sprint angezogen, in dem er selbst unseren Mitarbeitern weggelaufen ist und wenn man 200 Meter sprintet, Rainer Bonhoff ist auch in den 70ern, dann würde ich zumindest von dem Mikrofon schwer atmen oder japsen, gar nichts. Der stand einfach da wie in der Eins und hat die Anekdoten zum Besten gegeben, auch ein total geiler Typ, Rainer Bonhoff. Alles Gute, Männer. Rainer Bonhoff, meine Lieblingsgeschichte mit Rainer Bonhoff ist im Wippereich oben bei Borussia Mönchengladbach in einer Hand die Kippe so ein bisschen, kennst du das, wenn Leute, die nicht zeigen wollen, dass sie rauchen, die Kippe so am Filter nehmen und die glühende Kippe so in die Hand rein. Ja, ja, nach innen, ja. Und zog so verstohlen immer mal so an seiner Kippe, ging dann in den Wippereich rein und da gab es wie eine Würstchen und er langte einfach in diese Suppe da rein, in diese Brühe, in das Wurstwasser rein, nahm sich zwei Würstchen raus, zog die sich rein und zog wieder an der Kippe. Es war unfassbar. Geil. Und wahrscheinlich würde er am Ende, nachdem die Kippe ausgeraucht war, würde er sich noch ein Bierchen oder ein Weinchen gegönnt haben. Ein überragender Typ. Unglaublich. in dem Alter so fit zu sein. Also dafür geil, Rainer Bonhoff, aber herzlichen Glückwunsch an Günter Netzer. Möge er uns noch lange erhalten bleiben. Leider haben uns ja schon einige Weltstars des Fußballs auch in letzter Zeit verlassen. Günter Netzer, bester Mann. Und wenn einer sie hatte, dann war es garantiert Günter Netzer. Ja, der hatte richtig dicke Eier. Er braucht noch mehr. Eier. Nichts. Nichts.